Hier sind die Top 5 deutschen Thriller, die du unbedingt streamen solltest. 1. Der Fall Colini Ein scheinbar unspektakulärer Mordfall entwickelt sich zu einem brisanten Justizskandal. Gerechtigkeit, Rache und persönliche Dramen machen den Film zu einem fesselnden Thriller. 2. Der goldene Handschuh Basierend auf dem gleichnamigen Roman erzählt dieser düstere Thriller die wahre Geschichte des berüchtigten Serienmörders Fritz Honka in den 60er Jahren in Hamburg. 3. Abgeschnitten Ein actiongeladener Thriller nach dem Bestseller von Sebastian Fitzek und Michael Zokos. Die Geschichte handelt von einem Forensiker, der in einen Wettlauf gegen die Zeit gerät. 4. Das Leben der Anderen Dieser preisgekrönte Thriller spielt im Überwachungsstaat der ehemaligen DDR. Ein Stasi-Offizier gerät in moralische Konflikte, als er das Leben eines Künstlers überwachen soll. 5. Trunk Locked In Dieser brandneue Thriller, startest am 26. Januar, verspricht Hochspannung pur. Die junge Frau Marlina steckt in einem ausweglosen Dilemma, gefangen in einem mysteriösen Kofferraum.